hallo leute und herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der anubis extreme und wie ihr wohl schon vermutet zeige ich euch heute bisschen sniper alley ich habe nicht ein normales gameplay einer von euch wird das spiel auch gewinnen können da komme ich noch leicht dazu was ich euch heute zeigen will ist eigentlich sammelgegenstände ihr habt vielleicht das spiel auch schon gespielt habt hier und da vielleicht etwas verpasst würdet gerne wissen wo ihr das findet ihr seid hier richtig es würde mich freuen lasst mir doch gerne ein abo da ein daimchen nach oben und bei den kommentaren hatte ich natürlich sehr gerne feedback würdet ihr den zweiten teil auch sehen wollen habt ihr kritik gefällt euch das gefällt euch das nicht und zudem wer gewinnen will braucht ein hashtag und zwar hashtag sniper ich werde dann mit dem common picker nächsten freitag am 24 juli dann jemand von euch bestimmen wer das gewinnen kann so dann werde ich nicht mehr weiter labern dreht die lautstark herauf liebe leute viel spaß beim schauen und tschüss heraufgabe 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal,